Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. So, das erste was wir hier gleich machen können ist wieder sauber. Die rennen hier rum und machen alles dreckig, verteilen das auch noch. Putzfrau könnten wir auch einstellen oder Putzmann natürlich. Das könnten wir auf jeden Fall auch. Aber aktuell läuft es ja, dass ich das mache. So, wir hatten in der letzten Folge noch ein bisschen was bestellt. Da wollte ich mal eben hingehen und das reinholen. So, einmal wieder reinkommen. Danke sehr. Einmal eben das alles hier rüberladen. Dann muss ich nämlich einmal komplett unser Lager auch fertig machen. Beziehungsweise unser Verkauf. Und danach muss ich... Wobei, ich müsste eigentlich als erstes auch gleich noch nachgucken, ob ich was nachordern kann an... ...an Sachen für unseren... ...Werkstatt. Genau. So, hier gleich mal wieder was nachlegen. Da sieht man halt, das wird ziemlich gut weggekauft. Alles. Sehr schön. Und... ...sehr schön. Davon eine Packung. Und... ...so. Jetzt sind wir damit da auch wieder voll. Ja, eismäßig mache ich halt so ganz quer rein. Läuft ja aktuell. Ein Partybus könnte eigentlich mal kommen. Ein Partybus. Und wir hätten... ...auf jeden Fall... ...wieder ein bisschen was zum Verkauf hätten wir ja da. So. Lieferung. Und Kraftstoff brauche ich gerade nicht. Ich brauche Produkte. Da kommt man mal eben da nach. Reifen. Nein, nein. ...ein Spiegel könnten wir mal eben. Nochmal 30 Spiegel bitte. Ich nehme mal Motoröl nochmal. Eine Batterie. 19 Kerzen wäre nicht echt cool. Für Mittel ist mir zu teuer. Das hätten wir. Aber als nächstes brauchen wir auch mal wieder... ...Reifen. So war vorn. Ich sehe hier nichts mehr. Aber wisst ihr was... ...was noch witziger ist? Ey, ich kann gar nicht rüber porten. Du machst das hier nach. Dann lauf nochmal eben rüber. Wie der Joey hier die ganze Zeit am warten ist... ...bis ich ihn halt mit dem Minispiel hier raushol. Das finde ich witzig. Meine Meinung. Schaut gut aus hier. So, Müll mal weg. Bisschen aufräumen hier. So. Kommt rein. Kommt rein. Und weiter geht's. Und natürlich der Lülülü. Hier einmal zumachen. Wenn ich die Mülleimer wirklich halt... ...umlegen kann, ne? Dann würde ich halt wirklich Mülleimer nehmen. Und dann halt hier eher in die Ecken reinstellen. Weil die kommen hier rein. Bäh, doch stinkt hier. Und dann gehen sie gleich wieder. Oder sie gehen halt in die Ecke und werfen den Müll weg. Und sagen, oh nee. Das stinkt. Wissen Sie, was ich meine? Oh, wo bleibt er? Einfach mal in dir vorbeigeworfen hast. Wieder. Aufzuweinen. Und den Müllsack hat er jetzt vorhin gekägt. Irgendwo liegt der Müllsack jetzt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warte mal. Können wir das... Management. Egal. Mach ich gleich weg. Wiedersehen. Wiedersehen. So, wieder Müllsack. Was ist... Ich hab jetzt mal so eine Idee. Aufgabenliste... Mach mal... Reinigen. Und zwar geht es mir da drum... Dieses... Voll Müll... Möchte ich gerne weg haben. Ja, das ist echt cool, wenn die das halt... Vielleicht entfernt. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich das finde. Wir sind... Wüsste was ich meine? Damit wir das los sind. Muffin... Kekse. macht doch das auch mit müll oder hoffe das ist sie unnutz in dem bereich oder allgemein wäre das denn unnutz lieferung wir brauchen sachen wobei warte mal erst mal den alkohol weg stellen also wisst ihr wieder rein sehr schön ja nächste bitte was so toll und jetzt bitte das mit dem müll macht sie nicht wetten das glaube ich nämlich nicht und und Müll gefunden. Was war sonst? Sonst zieht sie auch keinen Müll, ne? Also die Mülleimer macht sie nicht leer. Das gefällt mir natürlich dann nicht so. Kann ich so das auch nicht wegbekommen? Naja, dann ist es halt so. Dann... Oh, jetzt haben wir natürlich... Ich sehe gerade die Preise, die gefallen mir nicht. Da bestelle ich auf jeden Fall dann nicht. Ich werde die Bären auf jeden Fall nochmal hinterher bestellen. Sachen, die was im schönen Angebot sind, eher. Das haben wir auch. Wie sieht's hier aus? Da haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Bestellen. Dann einmal Reifen bitte. Nein, haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich... Ne. Oh. Angestellte. Einmal wisst ihr alle bezahlt. Aufgabenliste. Bitte in die Kasse. Ich räume hier mal was nach. Haben wir das nun mal auch wieder. Und... Die bitte. Dann haben wir hier noch ein bisschen da vorn bitte. Da und da. Ich finde das gut, wenn das halt so schön sortiert ist. Dann weiß man nämlich was fehlt. Dann sehen wir. Flaschenmäßig fehlt was. Schön wie die Kunden alle kommen. Lülülü. Nice. Nice. Definitiv. Ich hole mal eben Bagger. Ja, Zeit für unseren Bagger. Hä? Da hat immer noch Sand drin. Hallo? Das macht ja nix. Okay. Das ist nicht gut. Ah, guck mal. Den Erfolg kannten wir auch nicht. Haben wir nämlich den wenigstens schon mal resettet? Lülülü. Können wir uns Kraftstoff holen? Na gut zu wissen. Denn es ist wichtig, dass sie warten alle. Natürlich mach ich die voll. Auch wenn du nicht weit kommst. Weil ich mach die voll. Ja, ist halt ein bisschen ärgerlich. Wohin rennt die? Okay. Ah, hier? Wo läufst du hin? Wo gehst du? Ernsthaft? Okay. Eine weiteren Fragen, warum geht die bis hier hin zum Reinigen? Hier in der Bank vielleicht? Nee. Müll kann ich auch nicht aufräumen. Das kann nicht so sein. Ah, guck mal. Ich helfe dir gern. So, wir brauchten Benzin, damit wir unseren Bagger wieder befüllen konnten. Das habe ich ja schon besorgt. So, fahren wir mal eben da hin. Fahr mal hier. Der erste Haufen ist schon mal weg. Ja, der Herr. Sie werden natürlich bedient. Super. Super. Fahren sie. Das wäre natürlich witzig, wenn das gehen würde. Kann ich nicht. Gerade. Kann ich natürlich nicht. Wow, super. Das wäre halt schön gewesen. Dann muss ich es halt so machen. Danke. Aber wieder voll. Bis oben hin. So muss es ja sein. Mal schade, dass ich halt mit an der Tanksäule das nicht machen kann. Jetzt hätte ich nämlich da nämlich gleich... Bisschen leer. Äh, befüllt. Sorry. So, einmal Gas geben. Ich bin natürlich wieder ein Kunde im Weg. Wiedersehen. Ja, schön hier weg, ne? Wiedersehen. Hier mein natürlich auch fertig. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin am Arbeiten. Kann es nicht abkühlen. Kann es nicht abkühlen? Nein, 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 nein. Nein. Annihupen. Musst du halt auch ein bisschen frem vorbei, ja? Jetzt kommt ihr da ja wieder nicht durch. Mal richtig Gas geben. Guck mal, wie der qualmt. Mal gleich mal abkühlen. Natürlich mach ich ihn auch gleich voll. Wunderbar. Habe ich das nämlich auch hinter mir. Können wir da besser wegfahren. Ja, super. Immer gerne wiedersehen. Mach mal auch hier gleich wieder voll. Riccardo, was sagst du dazu? Draußen geht wieder los, wa? Ganze Gehupe. Was heute wenigstens einiges verkauft, mein Freund? Er ist halt eine sehr ruhige Person, ne? Redet halt nicht mit jedem. Ich bin gar nicht mit mir. Richtig frech. So, davon ein bisschen. Ja, wir müssen nachbestellen. Sehr schön. Mal mit denen an. Und dann kommen natürlich hier Chips. und Popcorn. Bitte sehr. Auch das wieder nachgelegt. Ich weiß, dass ich sehr toll bin. Nee, du meintest mein Mitarbeiter. Nicht umsonst gibt es das Toll-David. Ey. So, wie sieht's hier aus? Wir müssen noch ein bisschen nachordern hier. Lieferung, Produkte. Autopflege, nicht in Angebot. Gut. Können wir nicht bestellen. Haben wir es halt nicht. Wir brauchten aber von den Erfrischungsgetränken hier. Gleich mal davon wieder was nachordern. So, auch. Sehr schön. Dann hier auch gleich mal wieder was rausholen. Davon auch gleich mal zwei. Dann sollte das erst mal... Ja, nee, reicht mir noch nicht. Kann definitiv noch mehr bestellen. Spielzweck wahren. Der ist hier am teuersten, ne? 100 Dollar. Boah. Kannst du dir mal vorstellen. Gehen wir doch gleich mal 15 Stück davon. Okay, die bringen nicht so viel Geld ein. Kann man hier nur arbeiten. Bei so einem vollen Eimer. So. Das hier mal aufgeräumt. Natürlich. Wir müssen gleich mal eben... Amelie Bescheid geben, damit die an die Kasse geht. Jetzt haben wir bald Probleme. Aber immer gern. Ja. Eine Sekunde. Amelie kommt. Okay. Bin auch ein Trottel. Bin natürlich nicht Amelie. Sogar die Raupe wird hier gekauft. Mensch. Mal gern. So, Angestellte. Amelie. Ich muss mit dir reden. Geh mal bitte an die Kasse, ja? Hier wird natürlich sehr gut eingekauft. Ich mag das hier. Ja, ich hab das nicht. Komm dir rechtzeitig. Hier hört es. Es ist Party Time. So. So. Ich weiß, dass es jetzt alles durcheinander gewesen ist, weil ich es reingeworfen habe. Egal. Ich guck das euch an. Wenn wir jetzt einkaufen werden. Gefällt mir. So. Na ja, ich hab nicht alles. Ich hab auch meine tolle Toilette. Da könnt ihr sonst auch hingehen, ja? Lieferung. Kommt rein, schnell. Ich muss wieder rein in den Laden. Bevor ich eine schlechte Rezession bekomme. Lü, Lü, Lü. Wiedersehen. Fahren Sie. Komme. So schön sauber machen, ja? Denn wir sind eine sehr gepflegte Tankstelle. Hier kann man noch richtig vom Boden essen, sag ich euch. Oh, die hab ich nicht. Die würde ich aber gerne nehmen. Danke. Oh, ja. Guck mal an, wie leer das hier ist. So möchte ich das sehen. Gerne öfters passieren. Das ist so leer ist. Und natürlich. Perfekt. Das ist wieder voll. Ich will richtig hier abdancen, gerade bei der Mucke. Können gerne öfters kommen. Bei der Mucke. Warum machen sie nicht mit? Warum tanzen sie nicht? Das kostet gleich extra, ja? Bei ihnen auch. Die tanzen ja auch nicht. Bei der guten Mucke. Kann ja nicht wahr sein. Haben wohl keinen Musikgeschmack hier. Immer diese wilden Leute. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges eingenommen. Ein Partybus. Da muss halt alles vor Ort sein, ne? Da ist halt kein Platz für leere Regale. Das muss alles seine Ordnung hier haben. Wieder voll gemacht bis oben hin. Oh. Das kann nicht wahr sein, ne? So. Schauen wir doch mal. Einmal. Eine Lieferung bräuchten wir eventuell nochmal. Also davon würde ich gerne nochmal wieder was nehmen. So. Dann hätten wir wenigstens ein bisschen was auf Vorrat. Ich habe nämlich das Gefühl, die werden bald wieder nicht mehr ein Angebot sein. Und dann brauchen wir das. Beim Alkohol, das passt erstmal so. So oft wird das nicht gekauft. Autopflegemäßig. Dann kann ich leider nichts einkaufen. Das wäre mir zu teuer. Hüte. Da werde ich auch nochmal drüber nachdenken. Hier ein paar. Trinkhüte könnten wir definitiv nochmal besorgen. Vier davon. Zwei da. Fünf davon. Fünf davon. Kann nicht wahr sein. So. Das haben wir auch. Die Bären und so. Passt erstmal. Blaubeermuffins. Muffins. Das wäre jetzt auch was leckeres. Beschwer dich nicht. Ich mach das. Das ist disgusting. Ich mach das doch gleich sauber. Kann doch nicht wahr sein. Wenn sie nicht passt. Dann machen sie es doch mal selber sauber. Kann ja nicht wahr sein. Und das sind ja wieder die Leute, die das voll gemacht haben. Das kann sein. So. Das haben wir auch. Hier haben wir ein bisschen sauber gemacht. Hoffe wir haben auch irgendwann genügend Geld, dass wir vernünftig streichen können. Bis jetzt sieht es richtig gut aus. Amelie, ne? Ich hab's gesehen. Du hast schon wieder geklaut. Wieder genascht. Du hättest mich auch fragen können. Ja. So. Machen wir die mal eben weg. Mir passen da so viele rein. Irgendwie komisch. Aber ich würde sagen, das soll es denn für heute gewesen sein. Ich bedanke mich einmal wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.